Hey, das ist Dach Nummer 5 von Eindfündig der Pfosten im Beden. Einfach mal hier ein bisschen mit dem Wort der Mattel. Worum dürfen wir nicht von selbst posten? Worum dürfen wir das nicht pflicht? Worum dürfen wir davon reden? Worum dürfen wir Videos merken in Menschen dort chatten? Weil wenn Jesus 100% pflicht hat in der Pfosten, dann wird es nicht in der Bibel sein. So haben wir gehofft, dass Jesus in der Bibel reingekommen hat. Das ist ein Ding, wo wir nicht ganz in den Stellen geblieben sind. Und viele Leute stehen in der Bibel, wo das von Beden und Pfosten reden. Aber worum wird das alles pflicht oder worum wird das wahr sein? Ich will uns nicht mit Familiengeschichten erzählen. Wenn ich das nicht konnte, mit wem zu pflicht oder sagen, ich will nicht sagen, dass ich immer sagen würde, was du gekommen bist. Du wirst von geredet und geredet und geredet, das wird in der Bibel. Und das hat noch eine ganze Zeit getan. Aber ich bin nicht so abgewachsen. Wir werden nicht so gelehrt. Aber du wirst in meinem Leben mit meiner Mutter sprechen. Der sagt, hey, wer wird das mal von dir an tun? Ich war mit dir top. Und wir fangen mit dem Mars an. Weil wir fangen mit dem Tor an. Und wir kommen mit dem Fieber, mit dem Saus trainieren. Dann haben wir irgendwas. Und das wird der längste Tag in meinem Leben. Das kann ich bis mäßig bleiben, dass ich das gemerkt habe. Und daher bin ich eh. Und von diesem Tag habe ich das sehr viel getan. Ich käme mir nicht so lange für einen Tag. Aber das ist nicht, wie lange die das haben. Wie lange die dort verkämpft. Oder wo seid ihr die Unstrengst. Dort tut die Hortanstellung. Der Worte ist dir dort. Und wo die Bibel redet von, wann ihr fassen. Dann dort das und das und das. Dort sagt ich nicht, wann jüngt dort jankert ihr fassen. Dort tut es die Hör, dort die Hand oder ihr fassen. Wenn wir dort nur studieren, dann die Christen. Dort tut die Wiren. Oder du mit ihm. Dort ist ein Punkt, wo ich mal rückbringe, woran wir dort alle topden. Und woran wir davon reden. Und das nächste ist dem Motorsprägen. Und dem sein. Dort geht. Und wie handelt ihr nun. Und du kostet auch. Und du sollt eine Friede. Der nächste denke ist. So weit auch so lang. Oder woran. Der hier einstvindig der. Dort ist ab. Dort zwischen dir und Gott. Dort ist eine sehr feine Zeit. Und dem einstvindig der. Dort sieht. Und Gott. Focusing. Und sie denken. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. Das war nicht. In Badakishmo. Wo. Dort eigentlich. Dort haben. Dort gegangen. Aber wann die bloß. Eine mutige Nacht ist. Oder wann die bloß. Wo einmal. Dort ist. Dort zwischen dir und Gott. Was. Dort so lange. Dort? Dort nicht. Dort. Dort. Dort verspricht. Aber würde ich nicht proben. Dort. 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 Dort ist möglich. Wenigst. Die Bibelrät. Dort sind genug Menschen. Dort. 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 sieht im Gebet, da hat er nicht erwiesen, wo er kennt, da hat er nicht gesagt, hey, ich habe das verlangt, das habe ich getan, und nicht mehr auf die, oder so war ich. Nein, aber keiner war ich nicht. Dort soll die Verlangen geben, meine Gott, und wenn ihr von die Salz. Und vielleicht ist das eine Geschichte, wo wir sehen, worum man zerstört wird, und worum du so viele Leute küsst, denken jetzt, wenn du wirklich mal vorst. Wir sind von der Erde gemerkt, und alle Eten, was wir essen, das ist von der Erde gewassen. So, ans Vorrat, immer drei in die Erde, ans Vorrat, immer drei in die Erde. Immer war das, ans Scherpa, drei in die Erde, sich rieken, wie wir sind von der Erde gemerkt. Und wenn wir uns von der Erde lossehen, dann rieken wir uns von der Welt los, dann rieken wir uns von der Erde los. Das, was mal wieder in der Explanation geöffnet hat, in der Stemp, wenn wir verdreuen, nicht Eten in den Fossen, dann sagen die Doktor, dann wird den Verstund sich detoxen. Detoxen, als alle Schwingerie riecht, oder dort kommt klarer Denken. Dort ist es mal einmal rein geworden, ich hoffe, dass ich ütren gehen. Und ich rieche nicht von Karpalich über viele Dinge jästliche Training, denn die Bibel sagt, wir sollen uns Verstund ernieren. Und wenn uns Verstund rein ist, wenn wir detoxen, dann können wir klarer Denken. Und besser vom Heiligen Jes hier. Und das sind so viele Dinge, die kommen hier nicht alle in Karten mit, und wir wollen alles für gute Dinge mit sich bringen, ob wir Proto bist. Man findet ihr, weil du die Woche umfangt, der Däumtchen, weil du die Woche umfangt, dankbar zu sein für Eten, weil du die Woche umfangt, dankbar zu sein für Gott, für gemeinschaftlich mit einem Töpkommen, für das Gebär, für so viele Dinge, wo du auch ein Nerven gedacht hast, was du umfangt, um zu denken, was passiert. Dann sind dann auch Menschen, wo du sagen, hey, geht das Morgen vor, ich fahre das, ich fahre das, ich fahre das, dass du dasjenige, von was du sagst. Weil vielleicht heißt das, wird direkt, du hast die Trübel mehr, und Gott wiesst dir dort in dieser Zeit, hey, das sind die Schlangen, wo du rüttkomm. Wenn das vier heute wird, dann kommen die Schlangen rütt. Und wenn du lange genug vorst, und du fangst, um diese Dinge trübeln zu haben, dann können es sein, dass du direkt für dort das Umfang zu beten, dass du direkt Gott das dort vertellen. Und das sind die Dinge, wo du mir nirgends anfangen, so ein Damm zu tun, und halb mir damit, dass du das bewiesst, in meinem Leben hier halt Trübel mit, oder so wieder. So, ich kann hier in Farschen, Hebräer, in Farsch, finde ich das, weil wir Taubhauen, und uns ungenander, in Gero, wo in Läub, zu bewiesen. Hier so, mit dem Taubhauen, das ist noch ein Ding, woran wir wollen Taubfosten im Beten, weil wir uns ungenander, mit dem Läub, in den Gero, und mit dem Taubfosten, und dann soll wieder Taubkommen, steht wieder in Neuen. Dann habe ich noch ein Gero, 2, Vers 12, da sage ich, und kann hier nicht nach Trübel kommen, sagt der Herr, gebt mir den ganzen Hort, hielt in Lüte, in den Sinn und Leut sein, und fang an zu fassen. Wenn du diese Falsch, dort schaubt nicht für dich, der Tiet ist nicht nach, nicht nach Trübel kommen. Fang den ganzen Leuten sein, und fang an den Hort, ganz den Garten geben, und fang an zu fassen. See, wenn du die Dinge, die du getan hast, baut dich nicht schaufen, freu dich mal selbst, hat eigentlich, mein Hort ganz den Garten gegeven. Gebe dein Hort ganz den Garten, fang an zu fassen, und 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 fang an zu fassen. Ich werde sehen, mit dir in der nächsten Mal. Und fang an zu fassen.